Es wird leider nicht passieren. Die Zukunftsfähigkeit der Psychoanalyse ist in der allgemeinen Globalisierung und Ökonomisierung bald perdue. Man wird die Neurotiker ihrer infernalischen Angst überlassen und sich nicht mehr um sie scheren. Das Ganze ist einfach zu teuer, dauert zu lange, ist zu ineffizient und für Tülorisierungen viel zu unpraktisch.